so dann würde ich sagen gehen wir in die nächste mission spielen da lang event zeit so der stich und die acht ist immer noch offen flatt glück müssen wir dann als nächstes machen und wir müssen überbelebende suchen na gut da haben wir ein bisschen mehr zeit und auch wieder nur begrenzt zeit aber wir haben zeit so da sind wir schon wieder hier auf der karte 19 minuten 20 wird da können wir hier wie die biennester auseinandernehmen die braume rein theoretisch nicht das wird ihr nicht gefallen gleichzeitig muss ich ja auch jetzt daran denken für schon mal für plankton vorzubereiten indem ich so viele ressourcen wie möglich aus diesen missionen mitnehmen also daran denken habe ich das habe ich immer die ganze zeit im hinterkopf auch hier ist eine hier ist ein grab kreenthöfe gefunden 3 von 4 das ist wieder so eine zusatzquest 3 von 6 3 von 6 4 von 6 5 5 5 5 6 6 5 6 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 7 7 7 8 8 8 9 10 10 10 10 10 10 11 11 14 15 15 Meine Ziel ist eigentlich Überlebende zu suchen Also ich guck erst überhaupt nie nach Überlebenden Gerade ich suche einfach nur noch Nach dem was ich viel brauche Ah da hat sich noch einen gelockt Der ist noch in der Warteschlange So was haben wir hier Friedhof erkundet 4 von 4 Bombe haben wir das auch abgeledigt So Jetzt heißt es noch Bienenstöcke Bienenstöckchen und diese komische Schachbrettel Hier zeigt es mir was an Dass hier was schönes zu holen ist Erschreck mich nicht so Oh es sind sogar 2 Schachbretter Ist eins höher Wo ist das hier Das ist hier auf der Etage Da ist es Hier ist irgendwo eine Kiste Wahrscheinlich über mir Da ist das nächste Schachbrettel Geht leider nicht So 7 von 8 Geht aber übers Feuer an Hier spukt es in dem Haus 100%ig Noch meine Freunde Hey da ist ein Safe Zack Eingesperrt Safe sind aber auch immer schön Da ist noch eine Kiste Ah ja schön Belebende suchen So ich mir Sechs Stück Ich hab doch nicht eingefüllt Na ja egal Kupfererz So Mach mir mal das Ding weg So Hier sind wir Autsch Dann gehen wir mal dahinter So Wir müssen noch ein Schachbrett finden Au Überlebende 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 So Tobe ist schon wieder eine Kiste Ich bin beeindruckend So ob wir hier Bienennester finden Weiß ich nicht Ob die nicht schon vorher alle zerlegt haben Die können sie gut heißen Die wollen unbedingt Der Frau ans Leder Jetzt aber Bye Hier oben ist eine Kiste drin Das ist ja eine Frechheit Ähm Das ist eine Frechheit So das haben wir Da hinten immer noch eine Kiste Die nehmen wir alles mit Wie gesagt Ich hab ja schon mal gesagt Die müssen ja unser Flanke Vorbereiten Die fallen jetzt nie um die Sünden Aber die Rohstoffe So die hatten hier kein Bienennest Ne Da hinten könnte ein Bienennest drin sein Wir müssen noch Was müssen wir noch finden Wir müssen noch Schachbretter finden Ne Glaube ich Hier ist auf jeden Fall noch ein Hütchen Da haben wir vielleicht Glück Dass da was dabei ist Ne Das sieht schwerer aus Dass nichts dabei ist Ich hab wieder ein Pech heute Ach da ist eins Ich hab's geahnt Aber zwei So Da haben wir Zehn Ja Zehn Bienenstelle haben wir Fertig Erledigt Wie denn Hilfe Was denn wie denn Ja ich komme ja schon Hier So Bonus für Rettung Wir haben die Mission durch Das heißt wir können uns jetzt mal Wieder dem anderen Zeug widmen Was brauchen wir denn noch Wir brauchen noch Wir müssen mal in die Festung gucken Wir brauchen noch Schachbrettchen Schachbrettchen Brauchen wir noch ein paar Festung ist da hinten Wir haben noch zwölf Minuten Zeit Ruin müssen wir auch noch entdecken So wo ist denn jetzt die Festung Die müsste doch irgendwo da sein oder Ja in die Richtung La 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 So mit Ö So mit Ö oder so ähnlich So dann haben wir wieder eine Festung Und dann müssen wir mal gucken Ob wir da irgendwas finden in dem Ding Suche den Standort des Medkits Auf deiner Karte Suche den Standort des Medkits Auf deiner Karte Oh Gott Sei tapfer kleine Festung Ähm Sag das Hä Die nehmen wir mit Ihr wisst warum Wegen Schrauben Die es gerade nicht gibt Okay Schrauben Doch da war ich dabei So das Ding soll über uns sein Und dann Gut dann müssen wir hier hoch Schauen wir das hier ist Ne Hallo Wo ist denn jetzt das Schachbrett Das hat mir doch angezeigt Also noch eins höher Oh Hier geht mir mit Sinterde Ach ja Einfach mal die Decke rausreißen Hier Wollten wir schon mal mal machen La 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 Ach das ist unten Ach hier auf der Etage Okay Zack Da ist es Dann haben wir 8 von 8 Wunder hübsch Au Gut fühl So Und jetzt noch Ruin finden Ja da können wir mal da runtergehen Da waren wir ja noch nicht La 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 Ich schaffe es Nicht Pff Oh wir haben Ich glaube das meiste mal durch Rausch Oh wir könnten mal wieder Munition herstellen Ähm ähm da hier Was ist denn hier mit Achso ist voll Ach das ist ein neues Update gewesen Man produziert jetzt nicht mehr übermäßig mehr So Ruinen finden Das ist wieder so eine Kunst für sich Ich könnte mal Urlaub gebrauchen Ruinen Wo seid ihr Na bitte Da unten waren wir ja schon Hier oben könnten eine Ruine sein Ich glaube bei der waren wir noch nicht Ich bin erledigt Ne die haben wir glaube ich schon gemacht Bin halt nicht sicher Manchmal wo wir schon waren Wo wir nicht waren Also hier waren wir definitiv schon Gehen wir auch mal nach Osten Osti Und hoffen wir dass wir irgendwas finden Hier waren wir bei dem Grab mal schon Ich glaube ja ne Ich glaube ja waren wir schon Achso wir haben ja die fertig Hä 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 Wir haben die ja schon fertig Die Dinger die hasse ich auch wie die Pest Aber gibt es noch einen Bluko raus Wenn man es schafft Damit beeindruckst du niemanden Au Ja wo sind denn hier noch Ruinenmensch Ich glaube ich steht denn da so komisch Auf der Karte Das habe ich noch gar nicht gesehen Wollen wir mal hier hoch Ach Gott wir brauchen wieder Holz Holz Das könnte eine Ruine sein Hier genau 5 von 6 Fehlt uns noch eine Aber ob wir die auf der Karte noch finden Das ist eine andere Frage Da hinten waren wir noch nicht oder Wir waren da Also wir waren in der Mitte der Karte Ach Gott ich Ich verliebe manchmal echt den Überblick Aber wir haben noch eine Ruine müssen wir finden Eine einzige Und dann hätten wir das Rohr abgeschlossen Ach nee du Ich verstehe das nicht Dass es immer so schwer ist Die müssen sie finden Das ist genauso wie im richtigen Leben Wenn du was suchst im Haushalt Irgendwas wichtiges Dann findest du es nicht Und wenn du es nicht brauchst Dann fällt es ständig in die Hand Das ist genau das gleiche Eigenartig Komm mal Freundin Kannst du nicht Kannst du nicht einfach ein Arsch Hauen du Hast für eine Meise Ruinen wo seid ihr denn Ey das mal suche ich Die Mist zu bitten Ich hab nie mehr hier Was Die Ruinen Ich glaub in der waren wir schon drinnen Ja Autsch Beschütze die Überlebenden Der war tot War ich das jetzt schuld oder Ich find keine Ich find keine Ruine mehr Ich bin jetzt hier durchgelaufen Ist das einzige wo es noch sein könnte Im Zentrum Aber da waren wir ja auch schon Höchstens vielleicht auch hinten noch Irgendwo versteckt Aber meistens sind die im Zentrum der Garten Ach hier guck mal Schraub Schraub Schraub